hallo und servus meine euden und eudes denn da bringt doch was ach so ja natürlich brauchen wir nicht das pfeile für unseren nicht unseren bogen hier für unsere brust ja so richtig brust und wir drücken mal knöpfchen mit köpfchen und senken das schiff ab und hoffen darauf dass da die mädels oben sind und die flüsterin aha warum stellen die sich da hier so sind wir mit dem alternativen feuer ein bisschen besser zu bekämpfen ja endlich mal mehr als zwei sternchen bei diesen vögelchen ja ich vermute mal dass das wieder eine dieser türen ist die kurz nach aufnahme beginnen sagt hier level vorbei oh time for some fireworks ja feuerwerk ladies it's time to blow shit up wang wait what do you think you're doing i'm going after zilla you two seem a bit too loyal for my taste put that detonator down sorry you know me effective but unpredictable na ich glaube irgendwie nicht dass das alles war meinte die sind jetzt einfach hinten einfach so hinüber die zwei ne na komm wow das ist ne krasse tür das war es mit den beiden die hatten uns auch nicht mal was getan ok na gut na gut na gespannt level vorbei level vorbei nein dachte ja schon keine Kisten die wir auch machen können aber da vorne ist was was leuchtet schränke yes munition moneten monichern und moneta das ist so gut ah ok den siegel kaputt machen ja mit sicherheit sicherlich freilich achso da ist ja noch einer der lebt nicht mehr wenn wir da mal mitnehmen da hinten hat sie nicht noch geleuchtet die dinger das waren nur perfektionen da können wir nichts mit dem herzen ich weiß schon ich benutze die herzen nicht dass wir zu langsam ich weiß nicht wirklich bei sie sollen ja bei den höheren dämonen irgendwie funktionieren bei den kleinen funktionieren jetzt nicht kommen jetzt probieren wir mal aus aber das ist irgendwie jetzt hat er den einen erwischt das andere ist glaube ich jetzt da von schreck gestorben das ist nicht so das ist nicht so meins das ist nicht so meins bringt irgendwie nicht so viel okay noch ein siegel da muss irgendwo der ralf in der nähe sein ich will das schwert leute ich will dieses schwert und zwar alle drei teile und dann will ich der mächtigste wang aller zeiten sein bäm ja haha ja ja das da fallen wir nicht mehr drauf rein diese scheiße hier haben wir hier rein aha ja 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 aber mit denen wollen wir auch nichts zu tun haben komm explodier bitte so zuck geheimnis nein schade zuck wooo 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 schaala append schaala Lassen Sie mich langsam an. Patience, darling. Es ist Zeit, dass wir kommen. Wir müssen, Master Silla warnen. Schau, Lo-Wang kann dich hören. Oh, ich hoffe, er ist. Könntest du mich hören, Lo-Wang? Ich werde dich in der Mountain auf alle Fohren und in einem Auditum. Und in deinem Kopf, ich werde dich... Okay, äh, ich hatte gerade ein kleines... Also irgendwie jetzt während der Sequenz war mein Bildschirm kurz schwarz. Es scheint aber irgendwie alles wieder zu funktionieren. Ich sehe ein Bild auf dem Bildschirm. Ich sehe ein Bild in der Aufnahmesoftware. Keine Ahnung. Scheint alles zu gehen. Bam. Hey, wow. Moment mal. Wat? Und... Inwiefern hat uns das jetzt weitergebracht? Oh, Geld. Gar nicht, oder? Da kommen wir doch gerade raus. Ich meine... Oder war hier nochmal ein Siegel? Ja... Das war dasselbe. Dacht schon. Ja... Na? Ja... Na? Ja... Na? Oh, da ist ja noch einer. Hätten wir das nur gewusst. Oh, kommt doch runter, ihr Feigen. Da ist nämlich gerade irgendwas. War das so ein Bügelchen noch? Schon mal so eins. Ja... Wir haben ja einen Siebenpunkt einsetzt. Und ich habe irgendwas hinter uns gehört. Gerade. Davor. Also irgendwas hat's da... Verrissen. Wie man so schon sagt. Irgendwas ist explodiert. Vielleicht war das ja wirklich so ein Kügelchen hier von denen so. So... So, von den Grünen. Äh... Hier. Ihr wisst schon. Hier die grünen Säuremonster und so. Die immer diese komischen Bälle hinterlassen und uns da so... Säuremäßig schaden. Äh... Ne. Nicht in diesem Spiel. Hopp, 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 hopp. Genau so ein Teil meine ich. Das, was ich vorhin von unten versucht habe. Gerade eben. Vorhin gerade. Kaputt zu machen, was ich ging. Das kriegen wir hoffentlich bald. Ah, mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Das ist relativ wenig. Also es ist wirklich wenig. Also für so ein Spiel dieser Art, sag ich jetzt mal, ist es relativ wenig Kohle. Äh... Wo es ja gar nicht wirklich um Kohle geht. Ah ja, okay. Ein Monster. Dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Dann checken wir erstmal diese Hälfte. Oder ist es einfach... Ne, ist es nicht. Was? Ein leerer Schrank? So. Na, schauen wir mal. Kriegen wir noch hin. Irgendwelche Fässchen? Ja. Da haben wir Fässchen. Müssen wir noch explodieren. So. Sehr gut. Oh Mann. Stirb doch. Oh Mann. Na komm. Komm komm komm. Schneller mit dem Schwert. Schneller mit dem Schwert. Oh. Jetzt aber. Wang. Wang. Das hier nicht so gut. So langsam vor allem auch irgendwie. Das muss er... Langsam muss er das schneller machen. Haha. Ich versteh schon. Komm heilen. Langsam sollte er das schneller können. Darum gehts mir. Denn es werden immer mehr Leute. Und... Ich kann jetzt inzwischen... Gut. Nur Wang an sich glaube ich so... Also ich kann halt die ganzen Kräfte und sowas. Funktioniert gut. Aber ich fände es halt cool. So komm. Ich fände es halt cool. Wenn der... Schleller reagieren würde. Zum Beispiel mit dem Schwertig kennen. Da muss es schneller gehen. Zack, 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 zack. Noch schneller. Viel schneller. Bäm. Wuuu. Wuuu. So komm. Zack. Und hier mit dem. Und Bäm. Der ist kaputt. Wuuu. 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 Sack, wer vorher schafft hier mit seinem... Komischen Ding ins da was zu machen. Und nur 2,5. Hm. Wir müssen zu einem 5 Sterne Wang werden, liebe Freunde. Also so wie wir uns fühlen. Ja. Wir fühlen uns wie ein 5 Sterne Camper und das müssen wir auch werden. Mit der Zeit. Wir sollen das langsam hinhauen. Wir sind die Besten und so. Wir müssen auch die Ergebnisse aussehen. Die besten Ergebnisse ever. Äh. Und wo geht es hier überhaupt weiter? Eigentlich, äh. Dachte ich wir würden hier irgendwie fündig werden. Aber sieht ja gar nicht so aus. Davon blickt was. Aber ist auch ein Schrank nur. Na ja, dann gehen wir gleich wieder zurück und vermutlich ist da irgendwo eine Tür aufliegen. Na ja, da hier. Ich sehe schon. Da blickt auch was. Haha. Ehrlich. Aufzug. Alles klar. Ach. Mach mal damit. Oh. Mit einem Schuss. Nicht schlecht. Herr Wang. Nicht schlecht. Aha. Da hat es mal wieder kurz geladen. Oh. Was haben wir denn hier? Oh. Was haben wir denn hier? Ja. Haha. Schön. Hail to the king baby. Ja. Äh. Duke Nukem Anspielung. Für alle die es nicht kennen. Schön. So. Oh. Oh. Ein Keks. Manchmal ist man die Taube. Manchmal die Statue. Heute ist eher ein Statuentag. Yes. Wir lassen uns nicht von Tauben auf den Kopf kacken. Puh. Sechs Stück. Und es müsste ein Rocket Launcher sein. Schauen wir mal. Ja. Raketenwerfer Yari. Ähm. Laser Zielführung kostet 3. Ach Gott. Das ist einfach so teuer. Es ist einfach so teuer. Boden Boden Rakete. Eine kostet 250. Boah. Nuke. Okay. Okay. Das heißt. Dieses Ding. Was leuchtet denn da? Nichts. Raketen? Nein. Schade. Das leuchtet doch was. Ich dachte da auf dem Boden würde was leuchten. Okay. Ja. Mach mal. Ist das irgendwo hier? Oder irgendwo? Da wo es brennt. Hm. Schauen wir erstmal da wo es brennt. Nicht dass wir da jetzt irgendwie ewig weit den Weg zurück laufen und dann ist es gar nicht da. Äh. Zurück. Sondern irgendwo hier. Ah. Hahaha. Wisst ihr? So. Löschen sie mal. So. BAM. 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 Oh. Ja. Ich sehe schon. Nein. Ist der. Ja. Mach du mal deins. Was. Und wir machen unseres. Wow. Warum haben wir plötzlich so wenig Energie. Oh. 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 Was. Echt. So ein kleines Vögelchen zieht uns so viel ab auf einmal. Das war doch so ein Schuss sozusagen Vögelchen jetzt gerade so. Oder. Ne was der mit den Krücken. Super. W�us. Es war. Hallo ja also. Hm. Dieses Ding. Ah. Ja. Ist noch gar nicht erledigt. Mit dem. Heilt the king baby. Ah, schauen wir uns das nochmal schnell an. Ich habe nur sechs Raketen. Schade. Schade, schade. Zack. Zack. So. Wow. Die zerteilt es ja direkt damit. Warum hat das doch auch nicht so easy funktioniert? Oh. Nein. Falsch. Ah, man hat die neuen Drücken da. Stirb bitte. Stirb, ja. Jetzt zieht uns heran. Das zieht uns aber keine Energie ab. Und wir können schnell. Scheiße. Der war es vorher. Der war es. Der war es. Energy. Mama. Nein. Scheiße. Ich versuche da nämlich auch ein Schiff zu flüchten. Weil das daran ziehen. Selbst. Tut uns nichts. Zack, zack, zack. Kämpfchen. Wow. Nein, nein, nein. Feil dich bitte. Und hier können wir auch nochmal ein bisschen. So. Und so einer war das da vor der. Können wir uns da einfach so weggenutzt hat. Ach, die auch noch? Na klar. Die müssen wir so erledigen. Jetzt fassen wir uns aber nie mal so viel Zeit. Verdammt. Ihr Lappen. Immer noch. Na? Yes. Willst du mich zu Zilla? Ich kann ihn nicht kracken. Aber wenn ich genug Chi bekomme, kann ich wahrscheinlich den nächsten Whisperer. Zilla hat das Schwert. Also der Whisperer kann nicht weit sein. Moment mal, aber Zilla hat doch, äh, ihr wisst schon, ein Schwert. Achso, ja, natürlich, ja. Ja, der will natürlich auch das vom... Aber weiß er das dann alles? Doch, muss er eigentlich wissen. Er muss das alles wissen mit den Whisperern und bla. Ja, muss er alles wissen. Und da habe ich vorhin während des Kampfes irgendwas leuchten sehen oben. Aber es war dann wohl... War irgendwas anderes oder es war schon eins dieser Vögelchen oder so. Wo geht's denn weiter? Wo ist das Weiterkommen? Ach, natürlich. Waren wir doch gerade daneben. Irgendwas leuchtendes verpasst? Ich denke nicht. Oh. Nuke. Wie viel Nuke kann man da mitnehmen? Wir haben jetzt 10 Nuke. Lucky Nuke. Äh, okay, okay. Okay, meine Tür ist irgendwo. Damit kommen wir klar. Äh, Moment mal, wir kommen noch von... Ach, treppe. Gott, zahle. Was denn los? So blind. So blind. Oh, so viel Gesundheit. Was bedeutet so viel Gesundheit, Freunde? Ich glaube, so viel Gesundheit bedeutet, dass wir bald einen großen Kampf vor uns haben. Aber so viel Gesundheit bedeutet auch, dass wir, boah, wenn wir da jetzt reinschlittern und da ist jetzt der große Kampf, dauert die Folge zu lang. Wenn wir da jetzt reinschlittern und da ist das Level zu Ende, dann machen wir etwas, was wir schon traditionell öfter gemacht haben in diesem Spiel. Und ich glaube, das machen wir diesmal auch wirklich so. Sonst dauert die Folge zu lang und dann doof und ihr wisst ja Bescheid. Also, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Shadow Warrior 1, wenn wir durch diese Tür gehen und vermutlich dann doch einfach nur das Level zu Ende ist. Wir sehen uns ja dann. Ciao, bis morgen und Servus.